Hallo Leute, Rasmus, hier ist Rasmus1, melde sich zurück mit der Review des Deutschland Grand Prix, Formel 1 Grand Prix in Hockenheim. Da ich leider andere Termine hatte, heute hatte, weil mein Fitnessstudio hatte heute den letzten Tag, bevor die schließen für immer, morgen ab heute Abend gibt es die nicht mehr. Also habe ich mich entschlossen, zu dessen Party zu gehen und deswegen liege ich jetzt zu Hause im Bett. Und deswegen werde ich euch meine Gedanken über dieses Rennen akustisch darlegen, anstelle von im Video. Ich hoffe, dass ihr versteht das. Also, lasst uns loslegen. Rammstein Refrain als Intro bei Channel 4. Ähm, geile, geile Wahl, geile Wahl, einfach nur geil. Der Song ist von Rammstein und es ist der Refrain aus dem Song. Ähm, der Song heißt Adios, die, ähm, meiner Meinung nach, ähm, stehen, ach, sah David Cooter ziemlich gut aus in den Lederhosen. Was denkt ihr? Ähm, Nico Hockenberg hat eine Startposition verloren, weil er wegen, weil sein Team Force India, ähm, die, ähm, die, die Reifen verwechselt hat. Und, ähm, und, ähm, und Carlos Sainz, äh, hat auch drei, ist auch drei Plätze zurückversetzt worden, wegen dem, äh, wegen dem, äh, wegen dem, äh, wegen dem, wegen dem Theater-Mitmaster. Mega Start von Versteppen, ähm, er hat, ähm, Riccardo überholt und, ähm, 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 Hamilton ist, 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 äh, hat das, hat den Start klar gewonnen. Und, ähm, aber Rosberg ist auf Platz 4 zurückgefallen. Das heißt, Verstappen ist jetzt in Position 2. Max ist mit irgendjemandem kollidiert, aber kann weiterfahren. Parma ist in der Box. Parma hat einen frühen Boxstopp. Max Verstappen hat definitiv den besten Start hingelegt. Der Junge hat definitiv Eier in der Hose. Parma hatte einen Plattfuß. Deswegen ist er in der Box gewesen. Rio Harriento ist gerade in Pascal Wehrlein reingefahren. Er hat hoffentlich das nicht über seine Zukunft gewehrt. Philippe Nasser sind in der Box. Massa hat gerade Williams darüber informiert, dass, seitdem Parma in ihn reingefahren ist, dass der hintere Teil des Williams nicht mehr derselbe ist. Massa und Sainz sind gerade in der Box. Das ist ein langsamer Stopp vom Tororosso-Team für Carlos Sainz. Rosberg und Verstappen sind jetzt in der Box. Und Rosberg hat einen langsamen Boxenstopp. Verstappen ist gerade informiert worden, dass Hamilton genau dieselben Rundenzeiten wie er fährt. Wir sind gerade auf Runde 26 von 67 und Hamilton hat sieben Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen. Vettel beschwert sich mal wieder, dass die zu überrundenden blauen Flaggen gezeigt werden müssen. Nico Rosberg wird untersucht, weil er Verstappen von der Rennstrecke gedrängt hat. Markus Sainz und Grosjohn werden auch untersucht wegen dem selben Verstoß wie Nico Rosberg und Verstappen. Und jetzt hat er auch noch, jetzt hat Nico gerade eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Nico Rosberg hat gerade versucht, sich rauszureden. Massa muss leider ausscheiden. Massa ist ausgeschieden. Verstappen hat gerade Riccardo vorbeigelassen. Ich habe das Gefühl, dass Ferrari Amateure sind, weil sie mit Sebastian Vettel lamentiert haben, ob er jetzt rein soll oder nicht, ob er jetzt in die Box kommen soll oder nicht. Sebastian Vettel wollte zwei Runden länger draußen bleiben. Und dann haben sie ihm gesagt, dass er jetzt rein soll. Und dann haben sie ihm aber gesagt, dass er doch draußen bleiben soll. Das war absolut lächerlich. Das Mercedes-Team haben zu lange gewartet, bis sie an die Reifen von Nico Rosberg gewechselt haben. Sie haben 8 Sekunden gewartet anstelle von den 5. Philippe Nasser musste aufgeben. Es hat gerade angefangen zu nieseln, wenn man Hamiltons Funkspruch glaubt. Louis Hamilton gewinnt den großen Preis von Deutschland in 2. Position gefolgt von Max Verstappen. Und Riccardo kriegt den letzten Podestplatz. Das war meine Zusammenfassung des Deutschland-Grund-Priis 2016. Jetzt haben wir einen Monat kein Rennen. Ja, aber dann geht es weiter. Bis dann. Tschüss. Ich habe leider das Podium verwechselt. Beziehungsweise habe Riccardo auf Platz 3, habe ich gedacht. Aber das Podium ist Hamilton auf Platz 1, Riccardo auf Platz 2. Und Max Verstappen bekommt den letzten Podiumsplatz. Entschuldigung. Tschüss. 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 Vielen Dank.